hallo liebe leute ich bin sehr dabei und mache ein vorstellungsvideo dass ihr auch weiß wer ich auch überhaupt bin also hier habe ich voll viel liste und da steht die fragen über mich also so kann ich das sehen so hier ja also dann rede ich mir jetzt vor was da steht also die erste frage ist woher kommst du mein eltern von außen und die wohnen in deutschland also ich wohne in deutschland ja nummer zwei wer bist du wie alt ich bin ich bin 19 aber am nächsten jahr also am 2. märz bin ich 20 nummer drei was ist dein hobby also mein hobby ist reiten musik haben freunde treffen ja nummer fünf hast du zwächter ja habe es drei bruder und sechs zwächter nummer sieben nummer sie hast du ein wohnung nein ich wohne noch bei meinen eltern nummer sie was ist dein lieblingsfarbe mein lieblingsfarbe ist bunt also ich mag bunte farbe egal auf egal welche farbe lila rot der grün ich mache bunte farbe also so nummer acht bist du single ja ich bin noch single nummer neun tanz du tanz du du tanzen ob ich du tanzen kann ich kann nur bisschen tanzen ich kann auch bauchtan aber nur bis nicht so viel aber ich kann auch die video für euch zeigen wo ich bauchtan mache oder wo ich hip hop mache und dann kann ich euch das ja dann kann ich dass euch das in youtube rein stellen wenn ihr das möchtet treibt ihr einfach traumatabel und so und dann kann ich das auch für euch auch machen wo waren wir über nummer also nummer zehn hast du angst wenn du allein schläf also ob ich einen anfangen wenn ich in mein bett bin und schlafe nö ich habe keinen angst außer wenn ich einen horrorfilm betrifft und danach habe ich so richtig angst wenn ich schlafen gehe ja also nummer elf tuch du horrorfilme ja ich tuch horrorfilme nummer zwölf was ist dein lieblingshorrorfilme mein lieblingshorrorfilme ist ähm ich tuch an sich ich tuch an sich ich tue vier horrorfilme und zweitens was mein lieblingshorrorfilme ist also ich tuch an sich ich tue an sich eisfilme zombie vampire also ich glaub nicht dass ich ein horrorfilm habe mein lieblingshorrorfilme vielleicht son of the dead son of the dead ist vielleicht auch ein lieblingsteil von mir weil das tuch ich auch gerne ja also nummer der nummer 13 macht du kinder für mich ja ich mag kinder für mich also das war's wenn das video euch gefällt hat dann gebt mir daumen nach oben und da treibt internet haare und ja ich verabschiede mich und sagte ich euch tschüss und hab euch ein lieb und hier ist noch herz für euch ja also dann bis nächstes mal ja und tschüss bis jetzt ein lieb und ja dann bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020